herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem wundervollen kanal diesmal wieder auf lost place tour bin hier schon ein bisschen unterwegs und sucht das fundstück der woche aber ich glaube da hinten habe ich es entdeckt ja ich bin diesmal alleine unterwegs und ich muss schon sagen ist ein anderes gefühl als wenn man zu zweit oder zu dritt unterwegs ist ja ich schlag mich jetzt und wenn ich dann angekommen bin nehme ich euch auf jeden fall mit also seid gespannt und bleibt dran gut aus daneben ist noch eine scheune die wird auf jeden fall noch bewirtschaftet da sind pferde auf diese frisches heulichter ja und das gutes stück soll es wohl sein ok gucken wir erst mal draußen so ein bisschen gar nicht so klein wenn ich das richtig verstanden habe komme ich auch dadurch rein durch die tür hier vorne da soll nur so ein splint drin sein dann gucken wir mal aber jetzt gucken wir erst mal hier draußen ok hier haben wir auf jeden fall frisches brennholz da drüben auch jetzt noch hoffen da steht ein anhänger wir versuchen es mal wir versuchen mal da rein zu kommen dass es auf jeden fall ist es nur ein niedriges gefühl so ganz alleine mal gucken wie es wird ich bin gespannt ok hier wird das wohl nichts werden einfach nur dreck müssen wir wahrscheinlich doch einmal rum mir wurde von einer großen holztür berichtet und da gucken wir mal so groß war die ja jetzt nicht hier ist aber auch drumrum nichts eigentlich geil gelegen das wäre so ein kleiner traum von mir aber das hier ist auf jeden fall frisch die spuren oder die nachbarschaft entledigt sich einfach ihrer dinge diese so da hinten da steht noch ein trecker ein anhänger mit holz was haben wir hier schönes ok eine alte couch hole mich immer rein mal gucken was hier so das ist wohl so ein gülleschnorchel würde ich jetzt sagen ne fürs gülle fasen hier noch so ein gestell für einen alten eselskahn hätte ich fast gesagt aber guck mal das bricht das bricht hier alles zusammen außer dass das sieht das sieht noch cool aus ne wenn man so guckt ok ok gehen wir hier mal wieder zurück gucken wir mal wo wir hier rein kommen da hinten steht noch ein fluch also ein ladewagen mal gucken mal gucken das ist ja das ist ja das ist ja da hinten steht noch ein Stück hier oben wartet so überall mega die spinnen neben ok ok da sind noch diese flaschen alten besen Oha. Das sieht doch mal schick aus, oder? Fast gar keine. Seht ihr das? Das ist Spinnenleben. Das hier sind die Stellungen, würde ich sagen. Das sieht frisch aus, oder? Wie nach frischem Heu. So, da noch einen Spaten. Da oben, da kommt die Decke runter. Hier so ein Laufgitter. Ja, was hiermit wohl passiert ist. Keine Kinder vielleicht da. Hier, da ist der Strohboden. Hier sind noch so ein paar Heuboden. Ja, eben typisch altes Bauernhaus. Gleich mit Randi-Stallung. Da hinten sind noch welche. Da werden wir gleich wahrscheinlich nochmal herkommen. Hier sind wir durch. Was haben wir hier? Okay. Getrunken haben sie wohl ganz gerne. Alfa Laval. Weiß ich nicht, ob das was Gutes war. So was wieder herzurechten. Was kostet das für Geld? Haben wir hier noch einen Rucksack? Lisa und ihr Tannenbaum. Passt ja irgendwie jetzt. Mal zu Weihnachten. Hier kommt auch über langsam. Aber sicher die Decke. Brunner, ich habe hier gar keine Hintergrundinformationen zu. Was haben wir hier? Hier. Hier, da wollen wir doch mal. Ab in den Keller. Okay. Nix weltbewegendes. Einfach nur der Heizungskeller. Aber man kann hier nicht drin stehen. Was haben wir hier? Düngemittel. Das sind alles Düngemittel. Wie ihr seht. Ich kann hier nicht mal drin stehen. Schlappduster der Vogel hier. Guck mal, was für eine Minitür. Was für eine Minitür. Mal wieder hoch hier. Mal wieder hoch. Oh. Jetzt nochmal. Oh. Fühlt sich nicht so geil an die Treppe. Ist aber auch nichts. Einmal nur ein kleiner Heuboden. Aber guck mal, da ist der Schornstein schon eingebrochen. Der Boden gibt danach. Da werde ich hier wohl jetzt nicht hinlaufen. Wo mich das da ja schon interessieren würde. Gut, aber was nicht ist, das ist eben nicht. Ihr glaubt gar nicht, wie diese Treppenstufen. Okay, das war damals so. Das ist Wohnküche. Was haben wir hier? Paris. Okay, das war die Familie Mönch, die hier gelebt hat. Boah, was für ein geiler alter Toaster. Guckt euch das mal an. Hier noch so ein paar Konserven. Ja, wie überall. Es schimmelt alles. Es ist richtig schwarz vor Schimmel. Das ist kein Feuer. Oder kein Ruß. Das ist wirklich Schimmel. Hab ich auch noch. Ein paar Tabletten. Haarfettarmmilch von Spar. Überall Hepisep. Hepisep. Heparin, Heparin, Heparin. Was ist das? Heparin? Heparin ist Salbe von Sport und Unfallverletzungen und Venenerkrankungen. Also, irgendwie hat hier jemand viel Sport gemacht oder hatte Venenerkrankungen oder der ganze Boden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Tuben. So ein alter Hut. Ja, hier waren auch. Guck mal. Die Ratten, die haben hier richtig gefeiert, ne? Gucken wir mal weiter. Haben wir hier noch schön was? Soframizinsalbe. Soframizinsalbe. Hier liegen auch nochmal locker. Guck mal. 30 Stück. Das ist für antibakterielle wirkende Hautsalbe. Also wahrscheinlich irgendwas. Okay. Da sieht man auf jeden Fall die Kreissparkassenkarte von Herrn Mönch. Es ist immer so, das gehörte mal ein, man ist nie rausgegangen, ne? Und heute liegt sie hier. Das Haus vergammelt. Man hat sein Leben lang dafür bezahlt, geschuftet. Ja, dann vergammelt es hier alles, ne? Aber die haben mit Sicherheit, haben die Enkelkinder gehabt. Also ganz, ganz viele Kinderbücher. Oh, hier so ein altes Ehebett. Guck mal. Alles noch da. Alle Papiere. Dann noch ein Weihnachtsbuch. Dann noch ein Weihnachtsbuch. Wahnsinn. Die Konsequenz. Kinder, Kinder, Kinder. Das Tagebuch der Anne Frank. Habe ich selber gelesen. Ist ein mega Buch. Haus von Anne Frank. Also da, wo sie Zuflucht gefunden hat. Kann ich nur empfehlen. Oh, was haben wir hier? Das Bärtchen. Hier noch so ein paar Kinderfotos. Über Kinderfotos. Wahrscheinlich stolze Oma und Opa gewesen. Was haben wir hier? Gefeiert haben sie wohl auch gerne. Okay, hier so ein bisschen Haus und Grund. Ja, das sind alles so Erinnerungen, ne? Auch, dass die... Also, weil Kinder, während sie gehabt haben, zumindest Enkelkinder gehe ich jetzt mal voraus, dass die Kinder wenigstens nicht die Erinnerungen hier so rauskommen. Ja, und in diesem Bett werden sie wahrscheinlich ihre letzten Tage erlebt haben. Schon wahnsinnig. Ich bin da. Wie gelegen. Aus dem Fenster geguckt. Mitten in der Natur. Mitten in der Natur. Schade. Aber so spielt das Leben, ne? Aber wir sind einfach weg. Und entweder haben wir Kinder, die es interessiert, oder eben nicht. Oh, hier ist die Stube. Hier auch nochmal. Guck mal, so eine alte Vitrine. Kontoauszüge, alles. Ja, hier waren dann die Tischdecken und sowas drin, so wie sie es früher gehört haben. Da haben wir ein paar Gläser. Wenn es mal der Besuch kam, dann gab es einen Lippen. Das Radio. Weißt du, wie viel Geld ihr heute für so ein Radio bezahlt? Wahnsinn. Ja, mein alter Fernseher. Aber wirklich alles. Alle Klamotten. Alle Dokumente. Oh, Mann. Ich dachte, ich bin hier auf eine... Spieluhr gestoßen, oder sowas. Was haben wir hier? Ich lese das mal hin. Okay, Rechnung. Rechnung, alles fein, säuberlich. Notiert. Oha. Das lese ich jetzt nicht vor. Doch, ich lese das mal vor, weil kinder next. Ander so. Mein Testament. Mein letzter Wille wie folgt, von mir selbst geschrieben. Mein Erbe ist mein Neffe. Dødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødødød das ist nur die eine seite des testaments ja das ist nur die eine hier ist nochmal was hier wurden flurgrundstücke überschrieben wahnsinn warum lasst du sich dann alle reißen wenn man das zeitliche gesegnet hat was haben wir hier erteilung der vormundschaft also wurden die herren wahrscheinlich enteignet oder waren nicht mehr in der lage ihrer geschäftigen tätigkeiten nachzukommen was haben wir hier personalausweis und das republik deutschland gucken wir doch mal in 1926 geboren 1926 geboren fast 100 jahre alt guckt euch mal die spinnenweben an wie ein kronleuchter wahnsinn wahnsinn guck mal was hier das für ist überall klamotten über klamotten das haben sich richtig die ratten geholt das haben sich so richtig die ratten geholt guck mal die ganzen Kleiderbügel hier die spinnenweben ich komme davon aus dass das hier mal das Ehebett war das hat die Dame so geworfen da hat sich da den Grünen was kleines zurecht gemacht mit dem anlenken ihrer Enkel das ist auch meine Lieblingsfarbe krass wirklich krass da drüben haben wir noch ein Zimmerchen ok was haben wir hier wieso ist denn hier ein halber Kubikmeter Sand dran guck mal hier mal ok Postkarten AOK ja so streicht das Leben an einem vorbei da werde ich richtig melancholisch guck mal ah hier auch überall was ist das ist das Fledermaus Scheiße ja ne ich will aber noch nichts fliegen sehen hier auch oder ok ihr Lieben ich guck nochmal ob da irgendwas ist was wir nicht entdeckt haben hier war das mit dem Kronleuchter und dann schauen wir mal was wir hier noch so entdecken hier nochmal zurück da war der Einbruch der Decke hier waren wir auch drinnen ja dann gehe ich jetzt hier mal wieder raus oben waren wir unten waren wir hier waren wir noch nicht glaube ich oder kommen wir hier kommen wir hier Dreschmaschine 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 Schuhe Schuhe Schuhklopfer da hinten noch ein paar Gummistiefel ja ihr Lieben dann gehen wir nochmal raus und gucken uns noch mal das Nebengebäude an gehen wir erstmal bevor wir das Nebengebäude gehen mal die hier hin und guck mal das mal ok das ist die Scheune wo die Pferde zugehören das lassen wir jetzt mal Kennzeichen TÜV dran da hinten ist noch ein Holzspalter ich weiß nicht ob ihr das erkennen könnt hier hinten aber guck mal es ist so schön gelegen mitten im Wald Entschuldigung Entschuldigung da hinten dann habt ihr Wiesen ey hier habt ihr Schaut mal nochmal was haben wir hier noch Schönes wenn es draußen einer kommt hier haben wir Schwalbennest keine Angst Leute da gehen wir gleich auf jeden Fall auf jeden Fall die Balken hier sollen die Deckelstützen sauber sauber also die ist noch wirklich gut erhalten möchte ich sagen aber hier oha ich weiß was das ist ihr auch das hier hatten wir auch im Elternhaus riecht es auch das ist eine alte Räucherkammer da hinten wurde da rauch gemacht in der Schale man wurde hier schön schenken wo ihr Bock drauf habt reingepackt und zuhause geräuchert ne eine Milliarde Möcken so guck mal Möcke 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 da hat Dachboden da hat Dachboden so eine Waage das sieht hier echt noch vernünftig aus ne die ist auch viel später entstanden so wie sie die Ziegel versiegelt haben und alles wie sage ich das so gerne ist mir aufgefallen in den Videos das ist auch ne ich will mich ja nochmal ran Alter was machen die ganzen Möcken hier Junge paar alte Milchkant immer die Frauen oder für die Frauen unter euch was ist das? wisst ihr das? ich schon das ist ein trockener da kam der Deckel hier rauf der wurde hier oben rauf geschraubt und dann rüber gedreht mit dem Gegenstück deswegen sind hier überall die Spalte drin da ist das Wasser dann rausgedrückt Mist ne Kohle alte Kohlen da ist das Fenster außer die Kohlen ich weiß nicht warum die Taschenlampe langsam geist aufkippt hier ist auch alles abgestürzt ok was haben wir hier noch? auch nur noch Regale Mist Alter da kommt die Decke auch schon und guck mal sowas das seht ihr ich bin ja grad rüber gelaufen ne von oben hätte ich auch weg sein können also also seid immer vorsichtig es ist extrem gefährlich es ist einfach so bitte werde ich hier mal wieder hochschleichen dann nehmen wir uns draus und bleiben wir mal ich hoffe euch hat dieser kleiner Ausflug gefallen ich muss sagen mir ging es psychisch besser als ich gedacht hatte das alleine das macht mir mehr zu kämpfen ich finde man konzentriert sich mehr auf die Sachen ist schon wahnsinn ne war cool war echt cool schöne Sachen gesehen das Video vom das musste ich runter nehmen da gab es Beschwerden wegen Urheberrecht und da habe ich keine Werbung eingeblendet das mache ich nochmal das kommt nochmal online jetzt vor Weihnachten wird nochmal ein Overnighter wird nochmal kommen ob ich den vor Weihnachten schon geschnitten kriege das weiß ich nicht auf jeden Fall werdet ihr das Video vor Weihnachten noch sehen und nochmal ein, zwei Lost Place Videos ja ich schlag hier wieder durch den Wald bedanke mich fürs Zusehen und bleibt gesund ihr Lieben